Komm in die Hürdensitzposition, indem du beide Beine auf 90 Grad hältst und wechsel jetzt auf den Füßen, ohne dass die Füße durch die Gegend rutschen, immer von links nach rechts wieder in den Hürdensitz. Der Oberkörper bleibt dabei so aufrecht wie möglich. Du wechselst also von einer Kante auf den Vollfuß auf die andere Fußkante. Wenn du kannst, erhöhe das Tempo. Untertitelung des ZDF für funk, 2017